Du kennst die Methode Abwerben von Alleinaufträgen anderer Makler und fragst dich, ob das seriös oder unseriös ist. In diesem Video werden wir jetzt ganz genau darauf eingehen, was es mit dem Abwerben von Alleinaufträgen anderer Makler auf sich hat, warum, weshalb, wieso seriös versus unseriös. Wenn wir uns das mal bitte genau anschauen, heißt das, lass uns mal drauf gucken. Lass uns mal schauen, was da wirklich passiert. Es gibt einige Unternehmen in Deutschland, die es sich zum Sport gemacht haben, ganz gezielt Aufträge von anderen Immobilienmaklern wirklich ganz gezielt abzuwerben. Und das mit aus meiner Sicht fragwürdigen Methoden. Und rühmen sich auch noch damit, dass das wirklich eine Art Geschäftsmodell ist und auch als Akquisequelle dient, so vorzugehen. Und da muss ich einfach mal mit aufräumen, weil das kann man so einfach nicht stehen lassen. Zu allererst einmal ist das, ich sage mal vom ethischen Niveau her, unterste Schublade. Punkt Nummer eins. Und zwar dann, wenn man andere Makler abwertet, wenn man die sozusagen bewertet, dass sie irgendwie eine schlechte Arbeit machen oder eben einfach man viel, viel besser ist oder whatever you want. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Vor allen Dingen deshalb, weil sich ein Verkäufer für einen bestimmten Makler entschieden hat. Wenn man selber vorher auch im Rennen gewesen ist, und das ist der entscheidende Punkt, und die Kunst liegt auch hier wieder im eigenen Marketing. Also rund zu fahren und zu gucken, welcher Makler hat welche Aufträge, und dann an die Verkäufer ranzugehen, ist vom Grunde genommen her noch nicht mal problematisch. Problematisch ist die Methodik, die Art und Weise, wie man etwas macht. Weil werben darf ich natürlich überall. Aber der schmale Grat, der schmale Grat, der ist ein Tanz auf der Rasierklinge. Weil man ist ganz schnell in, ich sage mal, einfach keinen coolen Wettbewerbsmethoden. Weil wenn ich einen Alleinauftrag abschließe bei einem Kunden, und jetzt versetze ich bitte mal in die Situation rein, du machst einen Auftrag. Erstens kannst du solchen Maklern, die mit solchen Methoden auf dem Markt unterwegs sind, nur mit einer Sache das Licht ausmachen. Also sprich, den Garaus machen, denen keine Chance bieten, keine Flanke bieten. Weil ich bin ziemlich sicher, dass auch mein Video letztendlich nicht ausreichen wird, um unseriösen, unlauteren Maklern hier eine seriöse Arbeitsweise und Methodik beizubringen. Also bist du derjenige, der sich davor schützen muss. Du bist derjenige, der seinen Teil dazu beitragen muss, dass solche Makler gar keine Chance haben. Und das machst du auf diese Art und Weise, nämlich du musst einfach ein gutes Produkt liefern. Was ist mit Produkt gemeint? Also eine gute Dienstleistung. Und zwar, dass der Verkäufer Fan von deiner Arbeit ist, dass du das, was du versprichst, auch lieferst, dass du das, was du versprichst, durchführst und vor allen Dingen den Deal machst und die Immobilie verkaufst. So, dass der Verkäufer zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Sekunde des Auftrages, aber auch nur annähernd das Gefühl bekommen könnte, dass du es nicht im Griff hast. Das ist das alles Entscheidende. Dann hat von außen niemand eine Chance. Weil von einer Sache musst du immer ausgehen. Je erfolgreicher du wirst, je professioneller du deine Arbeit machst, je exzellenter du arbeitest, umso mehr werden versuchen, von dir eine Scheibe abzubekommen. Und sie werden versuchen, dich in irgendeiner Weise zu attackieren oder eben dir Kunden abzuwerben oder sonst irgendetwas zu tun. Also ist es deine Aufgabe, wirklich dafür zu sorgen, dass du einen verdammt coolen Job machst. Ja, mir ist das natürlich auch schon passiert, dass ein Kunde nach dem Coaching vielleicht nochmal woanders war. Aber das Schöne ist, dass eben viele meiner Kunden einfach wieder zurückkommen. Warum? Weil sie meine Qualität schätzen. Weil sie wissen, was sie bei mir haben. Und weil sie dann auch häufig feststellen, nicht nur häufig, sondern immer feststellen werden, dass sie woanders nicht die Qualität bekommen wie bei mir. Das wäre der Unterschied Rolls-Royce zu, ich sage mal, einem Fiat Punto. Das ist eine völlig andere Kategorie. Ich will ja auch keine Autos abwerten. Aber natürlich ist Rolls-Royce eine ganz andere Qualität als ein Fiat Punto. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn du cooles Marketing machst. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, dass einer, fällt mir gerade ein, habe ich am Freitag ein Gespräch gehabt mit einem Kunden von mir, der sagt mir, du weißt doch, Heinz, beim Thema Direktmarketing, Privatverkäufer ansprechen. Mich rufen Privatverkäufer mittlerweile an, die sagen, so viele Makler versuchen mich anzurufen, also den Privatverkäufer. Und ich rufe schon gar keinen zurück. Aber sie rufe ich zurück. Weil bei ihnen weiß ich, dass sie eine gute Qualität haben und dass sie einen guten Job machen, weil sie viele Objekte in der hohen Qualität. Und das hat mich schon gereizt und auch verblüfft als Verkäufer. Das heißt, das eigene Marketing ist hier wieder entscheidend. Also du brauchst wirklich professionelles, gutes Marketing. Und das ist, sichtbar zu werden, dich zu zeigen draußen, um deine Qualität, deine Fähigkeiten beim Kunden draußen unter Beweis zu stellen. Also mach diesen anderen Maklern definitiv die Tür zu. Jetzt komme ich nochmal zu der Variante zurück und sage, okay, was ist denn jetzt okay? Also Beispiel, wenn du einen Auftrag hattest oder du warst in Verhandlungen im Auftrag und ein anderer Makler bekommt den Auftrag und du bist nicht am Start, dann kannst du natürlich ein Follow-up machen, weil du hattest ja Kontakt mit dem Kunden. Du hast Kontakt mit dem Kunden gehabt, du warst in Kommunikation und du darfst den Kunden natürlich auf Wiedervorlage setzen. Weil natürlich sind auch ganz viele Makler da draußen unterwegs, die das Blaue vom Himmel versprechen, es aber nicht einhalten. Das sind die Schwätzermakler, das sind die Dampfplauderer da draußen, die irgendwelche Preise versprechen und es nicht halten können. Und natürlich fallen leider Verkäufer auf solche Dumpfbacken rein. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du Follow-up mäßig an den Menschen, mit denen du im Gespräch warst, dran bleibst. Und das ist ein ganz, ganz einfacher Call oder mal hier und da einen Brief oder ein Schreiben, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Aber du hattest Kontakt zu dem Kunden. Das ist etwas völlig anderes, als wenn du mit unseriösen Methoden einen Kunden, den du gar nicht auf dem Schirm hattest, den ein anderer ausgegraben hat, für den ein anderer auch gutes Marketing gemacht hat, um den Auftrag zu bekommen, dann lässt man diesem Menschen eine Chance. Und dann fängt man nicht an, auf irgendwelchen wirklich unseriösen Methoden rumzureiten, um dann den Verkäufer zu verunsichern oder ihm irgendwie das Gefühl zu geben, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat, sondern dann lässt man es erstmal dabei. Man gibt sich geschlagen, weil du das Game verloren hast an der Stelle. Also wichtig ist an der Stelle, bleib bitte sauber, bleib seriös, liefere eine ordentliche Dienstleistung, coole Exposés, coole Fotos und verkauf einfach die Immobilie, dann hat niemand anders da draußen eine Chance, an dich heranzukommen. In diesem Sinne, wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung und denk immer genau nach, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst und arbeite auch genau danach, wie du selbst behandelt werden willst. Also bleib immer schön seriös und vor allen Dingen, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Setz ein Like da, gerne auch kommentieren und vor allen Dingen, folge uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook und wo sonst noch überall. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und wenn du wissen willst, wie du mit seriösen Methoden, mit hochprofessionellen Methoden zum Experten als Immobilienmakler wirst und richtig coole Kunden anziehst, dann geh hier in die Infobox und buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und wir gucken, wie wir dich beraten und dir helfen, dass du auf das nächste Level kommst. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.